Und das ist der Start zum Preis der Familie Breckermüller, Meisterschwanden. Stan mit einem guten Start, ebenso Mockingbird. Etwas hinter den anderen ist noch die Nummer 8, Taifuna. So geht es in den Bogen, den langen, großen, letzten Bogen. An der Spitze jetzt L'Amour zusammen mit Mockingbird in den Stan. Dann folgt die Nummer 3, Nuala. So kommen die Ponys jetzt dann durch den letzten Bogen. Noch etwa 500 Meter zu absolvieren mit der Nummer 5, L'Amour, an der Spitze. Außen Mockingbird, dann innen mit der Nummer 3, Nuala. Dann rückt die Nummer 6 auf, Maharaja und Taifuna. So kommt das Feld in den langen Einlauf. Noch etwa 400 Meter, sagen wir 350 und die Spitze hat L'Amour. L'Amour mit an zweiter Position Patrick Swish rückt jetzt hier mächtig auf. Der Schimmel geht an dritte, vierte Position. Außen kommt Taifuna, Maharaja versucht anzugreifen. Aber vorne ist das das Rennen von L'Amour mit Hailey Lee Rycroft. Die lösen sich auf 4, 5, 6 Längen. Vor der Nummer 6, Maharaja. Dann folgt mit der Nummer 8, Taifuna. Die 7, das ist Mockingbird. Die 4, Patrick Swish. Dann folgt mit der Nummer 3, Nuala.